Ich habe ja vor Jahren schon versprochen, wenn der Uli mal rundet, dann komme ich mit der Kapelle. Ich bin natürlich eingelöst. Das erste Lied, das haben wir in der letzten Zeit schon zweimal auf Beerdigung gespielt. A Find My Way Home. Wenn man zurückgerufen wird, also alter Schwertester Blues, ne? Das soll jetzt nichts heißen. Wir spielen jetzt in der fröhlichen Variante. Oh, Uli. Dann haben wir mit Mühe und dann haben wir das ausgemacht. Oh, Uli. Oh, Uli. Die letzten Jahre hat der Uli mich halt nicht mehr begleitet in die Toskana. Da bin ich mit dem Harald gefahren, ohne Scheiß. Der war da schon zweimal, ne? Also 15 und, ne, 14 und 15 waren wir da. Und da waren wir viel, haben wir auf den Straßen gehockt. Wirklich, ja, ganz, ganz schlimme Zeiten. Ja, wir wollten die Italiener einfach auch mal ein bisschen den Blues, den Italienern näher bringen. Hat auch ganz gut funktioniert, ne? Also, war immer lustig. Flasche Bier, da war ein Flascher, hat funktioniert. Der Harald aus Opa Meiderich, äh, das ist der Holger, den kenne ich auch schon, ah, zugelaufen. Ne? Ewig kennen wir uns. Wir haben auch mal gegenüber gewohnt. Stimmt. Ja, stimmt, ist schon lange her. Und, äh, ja, jetzt sind wir irgendwie wieder aneinander gekommen, weil... Aber nicht aneinander, die drei hatten wir. Ne, nur aneinander gekommen und, äh, das ist ziemlich fruchtbar. Also, ja, die einen sagen so, die anderen so, ne. Ja, wir tasten uns da mal ran, so langsam, ne? Also, vielleicht wird das ja auch mal. Ja, vermieten als Küche, ne? Ja, ich mach mal ganz... Ja, ist doch eine Stunde hinter, aber wir können den trotzdem. Ne? Ja, du, das ist ja... Ne, man muss ja auch. Ja, okay. Okay. Ja, ich mach mal ganz... Ja, ich mach mal ganz... Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017